Ja, servus Leute, das ist heute ein ganz besonderes Video für mich. Viele von euch haben ja meine Aktionen Hashtag Taikan für mich verfolgt und viele von euch haben mich auch unterstützt, haben das Ganze auf Social Media entsprechend geteilt. Und wenn man sich bemüht und einfach an den Erfolg glaubt, dann wird manchmal auch das eine oder andere wahr, was zunächst unmöglich schien. Und deshalb möchte ich euch in diesem Video mal zeigen, womit ich die nächsten Monate ein bisschen rumspielen darf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt reicht's aber mit der Spielerei. Kommst du jetzt bitte zur Redaktionskonferenz? Ja, ich komm gleich. Ich nur noch einmal Nord schleife.